Aber meinst du das wär geiler Content? So ein geiler Dermann, Degger? Du tankst oder was? Ja, scheint so Degger, ich weiß ja nicht Mit meiner Zweihandachse Dann geht's rein Man steht einfach der Tank in der Boss Einfach der Chanky irgendwie Mr. Tank Guck mal, der eine heißt Simpia und der andere Simprick Meinst du, das ist so ein Lovely Liebeskabel, Degger? Ja, das kann sein Hölle Lass mal schon mal reingehen, Degger, ich mach's mal Solo Ja, ich bin doch auch direkt hinter dir Glauben wir noch Pods? Ey, ich hab keine Pods mehr, Degger Auch keine Pods, aber ist egal, Degger, wir machen das so einfach So Ab geht's rein Warum hat das so viel Leben, der Äh, 20er Ist ja alles tot Degger Alles tot Ja, dann lass uns durchrennen Da ist die andere Gruppe Ja Degger, was sind andere Gruppen? Ja, vielleicht kann die mich ja noch buffen Degger Bam Ja Hier in Syrien Degger Muss man hier kurz das Erz noch abbauen Degger Alle Geiern Ja, der andere wird angegriffen Ist jetzt mein Erz So ein Ding ist das So ein Ding ist das Ich hab einfach durch Ja, aber wie gesagt, ich hab mir noch das Erz Degger Und ich hab keinen Buff bekommen, Degger, diese Schwänze Ja, 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 da würde ich immer mal so sagen, mein Freund Ja, Degger, das gefällt mir aber nicht so gut Noch so ein Ding, der hängt ja hier vertiefbar, ne? Bro, ich steck im Ladebildchen fest Ja, ich auch, actually Passt jetzt nix? Du wurdest auch gerade noch von nem Mob gehittet außerhalb Was war's denn, Degger? Ich hab den, ah, jetzt bin ich drin Ah Degger, muss mal direkt rein So Degger, machen wir das mal im Solo hier Ja Degger, ich kann, ich kann die nicht, äh, zusammen tanken Wenn, ne So, ich mach zu viel Schaden, Degger So, warum machst du so viel Schaden, Bro? Hölle Wer dodget meine Attacke, Degger Ja, so ist das Arsch Ja, Degger, Hardcore Hardcore, Degger, absolut Ähm, ja, ich weiß ja auch nicht Oh, ja Äh, sorry, Bro Der Dungeon hier, musst du mir ein bisschen zu schwer Warte mal, Bro, ich, äh Hallo, Akbar Degger Hölle, ja, Degger Ja, Degger Ja, hm Kann ich Pullen, oder willst du kurz trinken? Warte, lass mich kurz einen Reel Ja, dann lass mich kurz Buff Food, dann lass mich kurz Buff Food nehmen Ah, Degger, ich geh schon rein Degger, mein Buff Food nehme ich mit, jetzt sitz ich gerade Mir egal So, Degger, warte, warte, ich Pulle Nein Nein Ich hab, ich hab, ich hab, äh, Dings Gespottet Jaa Ging doch Wann bist du 25? Ich bin halt krach für mich Degger Ehrlich Ich bekam auch nur 18 XP pro Mop Jaa Jaa Die werden gleich höher, die Mops Ja, Degger, danke fürs Leveln, schau mal Jaa Auf ganzen Sprechen Egal, jetzt kommt der Boss mit den Schild, Degger Jaa Mal gucken, äh, nach der Putt Er ist nicht da Ist nicht da, hast du gepullt? Hm Naja, gut, die drei Mops, Degger Mach kurz hier alles Der Gegner hat, äh, Gegner sag ich schon, der andere Ja, warte, ich komm gerade mit Ja, oder so Ja, Degger, Hunter Tank, wie es aussieht Und ja, auch ganz entspannt Bro, ich kann nichts machen, weil ich Ich mach mal kurz das Herz hier gerade auf den Lock, Degger 20 XP pro Mop, Degger Ah, die sind halt immer noch grau, ne? Ich habe aus Versehen das komplette Erz weggeärzt 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 Degger, da ist noch einer Level 24 sehe ich gerade Noch einer? Ja, der andere da, der, der, der Paladin da Aquala Boah, Degger, da hat man auf den Griff reingedrückt, Degger, den Gegnern Ja, Arsch, Degger, der Arsch Eeeeh, so eh, das tun wir jetzt nicht Oh, die Oh, der eine aus 20 Schaden, warum? Das auch nicht Das auch nicht Symbric Das auch nicht Wie findest du das, wenn ich so obszön spreche? Ja, Degger, sollen wir mal Hard mode spielen, Degger? Ja, lass mal kurz noch Wut aufbauen, Digga. Ja, ist zu spät jetzt. Okay. Ich mach mal die Attrappe. Ja, okay, dann ist ja eh easy. So, ich kann dir abnehmen, hab abgenommen, den Boss, gespottet. Nee. Kann man nicht zu Schaden machen, weil ich halt immer wieder irgendwelche Mobs im Arsch hab. Ja, alles gut. Jetzt mach hier den kleinen Mann weghauen, Digga, und dann was. So ein kleines... Ey... Bro. Der ist down. Der ist down. 3K XP gab der, ja. Boah, das gab jetzt aber richtig XP, Digga. Vielleicht lohnt sich das ja doch. Du bist doch noch rested, ne? Ja, aber nicht mehr viel. 4, 3... Ne, warte... 4 Balken noch. 4 krieg ich für ne Mob? Oh, 66. Ne, ich hab 70 bekommen. Mehr, mehr, mehr. Ja. So. Batz. Oh, die Brustplatte ist für meinen Rogue ganz nett, Digga. Aber... Ich frag mal nett nach. Wenn die Brustplatte droppt, würdest du mit nie drauf machen und mir die dann traden? Ähm... Kann ja auch mit auf dein Schwert rollen ins Drop. Ja, okay, machen wir so. Ja, okay. Machen wir so. Weil wenn ich als Warrior da mit drauf role, dann fällt das gar nicht so auf mit dem Schwert. So. Stimmt. Bringt die Angriffskraft auch, auch... Range oder Angriffskraft? Äh... Dings, Digga. Komm, was ist denn noch ein Backup? Warte. Ich... Ich muss mal grad hier anstürmen. Rein hier, Digga. Aber warum hast du den nicht an? Weil der nicht verzaubert ist? Ja, und der ist verzaubert. Frost will damage für deinen Mage, Digga. Oh, der ist echt nicht schlecht. Aber ich hab da Mana drauf gerade. Ja... Ja, stimmt auch. Ja, aber Frost spell damage, Digga. Also, mehr Schaden also. Ja, schlauch, ja. Und dann machst du da einfach HP drauf, dann fällt das gar nicht auf. Zum... Naja, jetzt ist zu spät, Digga. Ja, egal. Oh, ich hab's gewonnen! Na du, Digga! Wie der Zufall es will. Wie der Zufall, Digga, der wills. Ja. Sollen wir hier mal Hartmott spielen, den ganzen Raum holen? Ne, ne, ne. Ah, ne. Hast du ne Petri Flask? Ne was? Ne Petri Flask. Nö. Ich auch nicht. Mhm. Wie auch, Digga, mit 4 Gold, so. Warum macht der Paladin so viel Schaden, Digga? Der hat Siegel des Befehls. Ah, okay. Verstehe. Warum macht er automatisch mehr Schaden, Digga? Der hat Siegel des Befehls schon stark, Digga. Ja. Einfach nur die Engineers niederbursten, dann geht das. Happy, happy, happy. Mein Damage war sogar akzeptabel grad. Oh, da baut einer, da baut einer. Bob, der Baumeister, Digga. Digga, ich denke, du spielst Fortnite, Digga. Ja, Battle Bus. Für Fortnite. Ja, Digga. Ich habe jetzt mit einem Ohren, Digga. Ich habe jetzt mit einem Ohren, Digga. Ich habe jetzt mit einer auf der Arbeit gesprochen, der ist eigentlich immer so recht ruhig, hält sich sehr zurück, macht nicht so, also was heißt macht nicht so viel, also arbeiten tut er auf jeden Fall, aber halt im Sinne von, der macht halt einfach so sein Ding mäßig. Und ich habe irgendeine Abkürzung, habe ich gesagt, oder irgendeine Abkürzung genannt, gefragt, ich weiß nicht mehr genau, und dann sind wir irgendwie auf BB oder so gekommen, und dann sagte der, BB steht für Battle Bus oder so. Nein, oder? Doch, doch, aber so richtig stumpf, und der sagt halt sonst nicht so viel, und ich fand das so funny, und dann habe ich gesagt, so, ja, erstmal mit dem Battle Bus ins Headquarter reinfliegen, Digga. Bro. Ja, Digga. Findest du alles, Digga. So. Ah, Digga, der Finger wäre doch ein bisschen weg. Ja, nimm doch mit. Weiß nicht, Digga, wenn ich mitnehme. Digga, bei Wirklichkeit ist doch dein Main-Stat, oder? Oh, ich habe gewonnen, Digga. Gib mir den Heiler. Gib mir den Heiler. Sag für 5 Gold. Gib mir den Heiler, Digga. Das ist fair. Nein, Digga, das ist für mich so ein Upgrade, das ist für mich nicht. Was ist das Game? Äh, es ist halt, I kiss you. Gib mir. 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 Pass, Bro. Smash, oder Pass? Pass, Bro. Smash, oder Pass? Sympia. Die Passions-Wirtschafts-Frau, Digga. Ja, Digga. Dann fragst du einfach nach der Nummer von der Tochter, Digga. He, he, he. Du verbringst. Ja, Digga. He, he. Ja, Digga. So. So. Sympia, Digga. Sammelst du das ein, während ich dir die Mox gerade pulle? Flushy-Wushy schreibt der, hä? Was? Keine Ahnung, Bro. Vielleicht hat er ja ein bisschen mehr was. Auch sein, Digga. Das ist wirklich verziehen, das ist dir halt ein Down-Syndrom. Hahahaha. Bisschen. Digga. Hahahaha. 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 Er hat, Digga, er hat einfach Down-Syndrom, Digga. Und wir lachen nur aus, Digga. Stell dir vor. Ja, safe, safe, safe. Ja, wie wär's, wenn hier jemand das Sprengpulver einsammelt, Digga, aber... Genauso wie N. Ja, das kann man ja lang, aber... Hadeed N? Hadeed N? Hadeed N? N. 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 Oh Digga, wer ist er? Hallo! Ist das ein Rammer? Nee, ne? Nö. Palabaff to wear. Ja, naja, wo ist mein Palabaff? Wo ist mein... 35 Attack-Power, Bro. Die brauch ich. So, und dann geht's rein direkt hier in die Olga, Digga. Pow. Digga, sollen wir mal ein Pet-Daffen hier? Wo sehen wir eigentlich hier, ne? Das kann ja nicht sein. Ich bin die Pets, wenn du aufgehst. Boah, werde ich schon ein bisschen sauer, ne? Da werde ich schon ein bisschen Salty Springs. Salty Springs? Oh, jetzt hab ich auch so den genietet. Ja, kannst du mir trainen für meinen Rogue, Digga. Hihi. Ich hätte dir für meinen Droiden jetzt eingesackt. Ja, hä? Droide, Digga? Was spielst du für einen Speck mit dem? Aber warte mal, Digga. Droide? Wann spielst du mal einen Droiden, Digga? In Hardcore? Hatte ich jetzt überlegt, so. Deswegen hab ich ja auch den Stab mit so mit ihm, Digga, für meinen Droiden auch mit, weißt? Kann ich hier immer so hin- und her-train. Auf Klau, weißt du, war das? Ich hab schon Droiden erstellt, Digga. Ja, meiner ist aber schon fast erstellt, Digga. Fast erstellt. So eine Wartenschlange, Digga. Was? Nein. Komm her. Und danach werde ich ein Todesritt ausprobieren, Digga. Mal gucken. Mönchchen hat sie sogar auch ganz gut, ähm, ja. Irgendwie. Bro, mein meister Schaden gerade war einfach Mili-Fight, Digga. Mit meine zwei einfach. Digga. Ja, Digga, die Zeiten werden sich ändern, wenn ich Execute hab, Digga, und ja. Auf 24, ne? Hä? Nein. Auch auf 24. Ja? Voila? Hm, Voila. 280er Auto-Crit, Digga. Auto-Hit-Crit. Soll ich den Boss schon pullen, Digga? Ja, soll man direkt den Boss nehmen, Digga. Ja. Also man kann das ja wirklich skippen, wenn der Paladin den Boss stunnt, wenn er gerade kurz vor, bevor er das macht. Ja, ja. Komm ich gestunnt und dann... BAM! Digga, dein Pad tankt einfach und ja. Ja, Digga, jetzt gleich der Boss trot und... Oh nein! Ne, ich bin gestunnt! Ja! Das ist der AC-Modus, Digga. Ja, Digga. Ja, er wollte mich tot sehen, ihr Schweine. Ja, Digga. Ich hab noch einen Debuff schnell auf ihn drauf gemacht. Ich, ich, ich. Juhi! Juhi! Digga. Juhi! 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 Ja, genau. Da können wir eigentlich weiter reingehen, ne? Lass mal direkt hier Cookie machen. Oh, juhi! Ich hab hier... Warte. Lass mal kurz Cookie machen hier, Alter. Juhi! Ah, Digga! Ich denke schon, Digga! Alles kein Stress! Ja, kannst schon mal das nächste Pack holen. Juhi! Ich frag mich, wie dieser andere Krieger die ganze Zeit eigentlich Spalten nutzen kann, Digga. Ich hab dafür... Dafür fehlt einfach die Wut die ganze Zeit, Digga. Kann doch nicht absporten. Gucken, Digga, ey. Gucken, Digga. Gucken, Digga. Oh! Der Heiler wird sich freuen, Digga! Juhi! Juhi! Da brauch ich nicht mehr, der Heiler. Ja, ich süß grad. Was ist da aus? Mein Silber Mage wäre das auch ein schönes Teil. Ja, Digga, 16 Silber. Ja. Die könnte ich jetzt gut gebrauchen, Digga. Ja, Digga. Happy, happy, happy. Happy, 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 happy. Oh mein Gott, ich glaub, das war's jetzt mit mir, Digga. Ich mach mal ne Attrappe kurz. Das wird deine Beerdigung sein, Digga. Hm, ach was? Das wird deine Beerdigung sein, Digga. Dann geht das schon. So Feigling. Ja, so Feigling? Ja, ja, ja. Sag mal, wie redest du denn mit deinem Papa? Mit dein Papa. Mit dein Papa. Mit dein Papa. So, Digga, soll ich hier nochmal kurz draufklacken? Hey, ey, 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 ey. Jetzt hab ich da aber meine. Aber auf der Arbeit hab ich angefangen... Oh, Bro, ich hab das ganze Deck gepullt, glaub ich. ...Niederländisch zu lernen, Digga. Oh, ja. Ja, Digga, du bist voll hängen geblieben auf diesen holländischen Digga. Ich muss sagen, also, ja, ich will da ja sowieso eigentlich hin. Von daher find ich das ganz geil, dass ich da so ein bisschen schon mal rein lerne und so. Ich mein, ich arbeite ja auch in einer niederländischen Firma, also theoretisch steht mir die Welt in Anführungsstrichen offen. Ja, Digga, ich weiß nicht, ja, Holland hab ich jetzt bis jetzt noch nicht so mitgenommen, weil ich ehrlich bin. War da? Nö, gar nicht. Ich war ja auch in Holland, ich fand das da absolut scheiße. Also, die Stadt da, das war alles ranzig, Digga. Ja, aber Bro, ich weiß halt nicht, ob du an den schönen Örtchen warst, so. Ja, aber die, die Städte und die Umgangsweise, die war teilweise sogar noch schlimmer. Und, Digga, den Punkt Ausländer, der war da aber auch groß, Digga. Ja, Ausländer sind da auch viele, das stimmt, das stimmt, aber... Sehr viele sogar. Ja, das ist, ich tu, in Holland sind viele Mokros. Also, wie in hier, Digga, das ist... Aber es ist schöner, da auch die Niederländer selber sind aber entspannter. Da fand ich per se Barcelona und Spanien sogar schöner, Digga. Das Ding ist, da war ich halt noch nie, so. Auch echt schön, Digga, und da gab es nicht so krass, weiß nicht. War nicht so schlimm. Nicht so in den Ausmaß wie hier oder in Holland. Ich meine, in den Niederlanden läuft politikmäßig auch nicht alles super rund oder perfekt. Wie ist denn das da bei denen? Ich hab mich da nie damit bepasst, bei denen mit der Politik. Äh, die haben da ja noch irgendwie Adel und ne Königin oder Prinzessin oder irgendwie sowas. Scheiße, Digga. Ja, das ist ein bisschen crazy, aber geht. Boah, Digga, was ist das für ein Run, Digga? Der Rufsner ist eigentlich... Ich kann das alles nicht mehr. Wer hat gefragt? Der, 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 der... Der Krieger! Boah, ein Partner, den kann keinen Stab tragen. Ich kann das alles nicht mehr. Mein Klee! Papa's da! Digga, der, der, der Niederländer zwei. Der strappt erst mal das Strat, Digga, auf Ansage. He, mein Trap. Der strappt erst mal die Brustplatte auf Ansage, Digga. Fack mir mal die, einfach die Trap rein, Digga, dann ist alles auch safe. Na, okay. Kann den Boss auf den Jungen, Digga. Oh, da müssen wir gar nichts mehr machen, Digga. Ich kann dir den kurz abnehmen, hab... Hab... Die, wie, aber Power die aber auch einfach sind, ne? Digga, wir müssen gar nichts mehr machen, Digga. Jetzt ist meine Trap weg. Ja. Ja! 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 Ja, ich, ich roll vielleicht mehr davon. Ja, naja. Warte, wir gucken mal, der Roll. Hä denn? Ja, wir, eigentlich, der Priester kann die gar nicht tragen, also sie save mir. Ja, der Krieger kann doch drauf rollen. Ja, der hat doch Gier gemacht. Dangello. Achso, ne, Simpric. Aha, okay. Er hat Bedarf gemacht. Das Ding ist... Nieder auch? Das Ding ist... Ich hab auch genietet. Hey, Bro, ist das... Hey, die. Ich weiß nicht, brauche ich die wirklich? Meine jetzige hat 5 Stärke und 7 Stamina. Bro. Allein die Ausdauer auch drauf. Ja, doch, ich brauch die. Ja, doch, ich brauch die. Ja! Happy, happy, happy. Oh, da würde ich mir auch... Ich sagte, ohne Wiss, da würde ich mir 100 HP draufknallen, sag ich dir ehrlich. Ja, ist schon geil. Die würdest du lange tragen, allein, weil da ist nochmal 11 Stamina drauf. Ja, das stimmt schon, Digga. Und auch Digga, der hat auch Aggie und... Das ist schon krass, Digga. Und die anderen würden Wailing Cave'n sogar laufen. Ja, Wailing Cave'n wäre ich dabei. Bro, ich bin jetzt 25, Digga. Bro... Bin ich 18? Hm? Digga, du bist 23 noch? Ja! Wie? Wie, Digga? Es fehlen immer noch 2,5 Balken. Der hat 3 Level in diesen Scheiß Dungeon gemacht, wo ich 24 war, Digga. Der hat 22 Minuten haben wir gebraucht für DM, Digga. Das war ja auf jeden Fall schon schnell, Digga. Das war übel fast, Digga. Das war ein richtig kleiner Run, Digga. Ja, das war echt Speedrun. Ja, Digga. Das war's dann mit Hardcore, Digga. Und ja. Und ja. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Das war's dann. Ich hab's da, wie ich jetzt hier ein bisschen was mir probierst. Du bist ja nur für die Schiff. Und ja. Ich hab's da über das Schiff. Die Schiff. Das war's dann, wie du bist. Und ja, wie ich hab's da. Ich hab's da zu. Die Schiff. Und du bist. Und du bist. Bis zum nächsten Mal.